Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Karl-Peter Fischer. Ich bin Professor für Markt- und Werbepsychologie an der Hochschule für Angewandtes Management und habe seit 25 Jahren mit meiner Geschäftskollegin Petra Körner eine Agentur, eine Agentur, die sich auf Dialogmarketing und Online-Marketing spezialisiert haben. Zurzeit sind wir sehr stark im Bereich Webseiten, Website Traffic und E-Shops. E-Shops mit Shopware, E-Shops mit Magento und für diesen Bereich suchen wir noch gute Kräfte, die bei uns als Festfreie andocken wollen und mit uns arbeiten wollen. Ja, es würde mich sehr freuen, wenn ihr, wenn du aus diesem Bereich bist und wenn du Bock hast, bei uns hier mitzumachen, dann melde dich einfach. Meine Nummer ist die 0171 358 2159 und wir suchen Programmierer, die sich auskennen mit Shopware. Wir suchen Programmierer, die sich auskennen mit Magento und wir suchen Menschen, Kreative, die gut texten können und die Lust haben, eben für diese Vorhaben Texte zu erstellen, verkaufsstarke Texte zu erstellen und die auch Lust haben, sich mit unseren Kunden und mit deren Kunden zu beschäftigen und tolle Sachen gemeinsam aufzubauen. Also solltet ihr Lust haben, bei uns anzudocken, ich wiederhole die Nummer noch einmal 0171 358 2159 und wir aus dem Ausland anrufen 0049 davor nicht vergessen und dann die Nummer. Ja, also es macht auch gar nichts, was die Tendenz bei uns in der Agentur geht. Wir wollen oder ich möchte mal ausprobieren, mit digitalen Nomaden zu arbeiten. Das heißt, ihr könnt von auswärts zuarbeiten, ihr könnt aus dem Ausland kommen, ihr könnt von wo aus ihr an unser Team andockt, ist uns eigentlich egal, Hauptsache ihr habt eine tolle Leistung, Hauptsache ihr seid die Spezialisten, die man da draußen in Zukunft braucht und probieren wir es einfach mal aus, ruft mich an und ich glaube, wir können gemeinsam schon irgendwie was bewegen. Also, vielen Dank und liebe Grüße, euer Peter, derzeit aus dem Urlaub. Tschüss! S we Corinthians G45 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 E actions